Das ist nice. Ja. Vor allem, weil er nie was zu tun hat. Er ist in so einem Handyladen, ne? Okay. Das erste Mal, als ich zu ihm hingegangen bin, er steht da so im Dresen. Und man hat ihn so richtig angesehen. Er fand nichts zu tun hat. Okay. Oh Gott, ich darf gegen Ari spielen. Das kann was werden. Ah, Fizz. Ja, ich natürlich als Main-Fizz, ne? Also... Oh Gott. Wenn nicht du? Ja, dann. Oh Gott. Ich habe gedodged. Wow. Wer bist du jetzt eigentlich? Ich bin 16. Alter, welcherlich Sinn fängt denn mit der E an? Fängt man das nicht? Hm. Also ich weiß es nicht so, deswegen... Nein, wir decken dich hoch. Eigentlich. Echt? Okay. Auch im Jungle, oder? Also früher konnte man auch mit der E starten im Jungle, das weiß ich. Oh Gott, das macht dir überhaupt keinen Schaden. Mit Level 3 musst du reingehen. Ja, ja. Fürs Main. Ja, ein bisschen was weiß ich auch noch. Um genau zu sein, muss man euch dreimal. Fürs Main. Okay. Das ist auch schon ein bisschen. So, jetzt bin ich Level 3. Oh ja, Mini bekommen. Das ist echt ne... ...ne Premiere. Alter, ich lauf in jedes Q an. Jede. Ach, Lee Sin ist Toplane. Oh. Ja. Ich dachte, er wäre im Jungle und deswegen habe ich so gefragt. So, hä, ja. Man startet doch mit der E. Oder startet man auch im Jungle mit der Q. Mittlerweile mit der Q. Ich lauf in jede Q. Ich lauf in jede Q. Na komm, ein Minus muss noch sterben, dann bin ich Level 3. Ja, Alter. Nee, 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 nee. 15 zu 14, Alter. Ich überleg grad die ganze Zeit, welches Let's Play das war, was du vorher gespielt hast, was ich geguckt habe. Okay. Ähm. Ähm. Vielleicht erinnerst du dich, also da war... Man ist in so einem komischen Haus mit so Doktoren. Und der Typ will sich, äh, so eine Frau machen. Also... Äh, Outlast? Genau, Outlast. Ah. Das war's. Alter, da hat Wukong. WTF. Warum hat er mich so erschreckt? So. Alter, die Qs! Ich bin einfach zu blöd gerade. Okay. Ich bin zu spät. Shit, jetzt hast du hier so viele Minions, Mann. So. Hä? Hä? Was macht der Blitzkling auf der... Achso, nee. Hä? Bist du nicht gestorben? Nein, der ist wegfährt. Der ist wegfährt. Ich bin die Rede, der Wundweg. Der ist wegfährt. Shit, ich treff nichts. Ja. Soll ich nicht tun. Alter. Ich muss... Fuck, wann hab ich das gemacht? Ich brauch das 1.500 Gold. Shit, die ist gleich Level 6. Die ist auch gleich Level 6. Ähm, bin ich tot. Yo, mach das Damage. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Damage mache. WTF. Nein, er flasht raus. Dabei hab ich ihn sogar noch gestunt und... Okay. Hä, was hab ich getötet? Hä, du hast was getötet? Ja, das war ein Bug. Okay. Oh Gott, diese Botlane. Die sind noch schlimmer als ich. Der Klassiker. Alles nicht Botlane. Ich hab die letzten 3 Games Botlane gespielt, weil ich hab... Entdecke gerade Nami für mich. Ich hab, ich hab einen Mist für die bekommen. Und dann war ich so, ja, spiel ich mal. Dann wär's übergeil, dann hab ich nochmal gespielt. Und nochmal, nochmal, nochmal. Ach ja. Ach komm. Komm. Okay, Master Yi ist hier in der Nähe. Oben oder unten? Ah. Äh. Ja, ist in unserem Team. Kannste auch sehen. Ach so. Alter, ich... Alter, ich wollt... Geh zum Warden. Auf einmal steht mir dein Wukung im Gesicht. Ja, der Wukung, der macht das ganz gut. Also der gankt gut. Was mich wundert ist, dass die Ari nicht engaged. Ich hatte die Respekt vor dir. Ja, scheinbar. Aber wenn du's gut machst und die E mit deiner E dodged, genauso, dann ist sie tot. Die stirbt. Ja. Easy, Alter. Wow. Mein erster Kill mit Fizz seit, äh, Jahren, glaub ich sogar schon. Season 2, damals in der Beta noch. Ne. Also, äh, Season 3 hab ich den, glaub ich, das letzte Mal gespielt. Deswegen... Dann wär's sogar schon zwei Jahre her, oder? Oder war's Season 4? Ich weiß es nicht mehr genau, aber... Auf jeden Fall ist es Monate her. Ich hab das auch schon länger nicht gespielt jetzt. So, jetzt erst mal weggehen. Die Rede spiel ich heute auch erst zum ersten Mal. Okay. Bald grad so im Nami-Rausch. Aber... Man denkt jetzt vielleicht, äh, Fehler, aber Late Game... Ja, ja, eben, komm. Und ich mein, du spielst gegen Lee Sin, was willst du erwarten? Ich hab auch im Late Game allgemein, dass ich die da einfach bewirken. Ja, klar. Dann mit Trinity und was weiß ich, und wie baust du die? Rage Blade, Sterix, dann meistens... So, Deadman's Blade. Und irgendwie... Äh, auch dieses, äh, Sterax Sage oder so? Oder wie heißt es? Ja. Und mal eben kurz getötet. Eits. Ja, Steax. Und das Item dann meistens... Oder zweites hier. Ne, meistens zweites. Sonst ist man... Komplex geschickt. Gishi. Jetzt hat ihr irgendwie Respekt vor mir. Oh. Nein! Nein! Nein, shit! Oh, verdammt, ihre Kack-Ulti. Dieser scheiß Blitz-Rank, woher kommt der denn? Und nice SS von der Bot-Lane. Alles Loops. Ja. Naja. Oh, jetzt ist Blitz-Rank on this way Top-Lane. Ja. Alter, wie diese Bot-Lane einfach 2 gegen 1 verkackt. Die werden doch jetzt... Ja, das meine ich. Ich meine, die verkacken da 2 gegen 1. Der Blitz-Rank, der kann jetzt hier free roam, weil er es einfach kann. Ich bin tot. Ja. Wobei... Nein! Was? Die Ulti gerade. Ah, ja, ich werde mich halt heilen. Ja. Ja, und jetzt kommt der Lucian Mitte. Nice. Jetzt fehlt mir wenig. Ah, lucky. Alter. Komm, geh wieder auf deine Lane. Ja, toll. Jetzt bleibt der Lucian hier, oder wat? Äh. Wenn die mich verarschen. Minute 10, das ist der Silber-Rome. Obwohl, ich guck mal kurz die Ehe nur nach, auch wenn das nicht wirklich ficken. Nein, oh shit, ich habe keine Ehe mehr rausbekommen. Ich wollte eigentlich noch Ulti schmeißen. Aber es ist nice, wie unsere Bot-Lane überhaupt nicht reagiert. Bot. Der Tum-Centhes-Diamond und SS-T, alles klar. Die Tum-Centhes-Diamond. Ja. Kann gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Ja, okay, man kann es verstehen. Ich meine, mit so einer schlechten MMR, dass sie dann mit Gold-Spielern zusammenkommen, dann ist es schon klar, dass sie so schlecht sind. So, SS. Ja, nice. Tower weg. Ja, ja. Nice time, Kenj. Diamond Place. Nice. Oh Gott, nice, Todd. Danke viele meine Ari noch mehr. So, bin ich jetzt hier drin, gell? Das war so nice, ich war sogar ein bisschen ahead und dann, ja. Oder das war? Ich habe ihn gestumpt, macht irgendwas? Nein. Alte. Ja, wo komm, wo komm, alles gut. Okay, wo ist Ari? Oh, da ist noch ein Lee Sin. Alter, der Dive war so schlecht. Alter, ey, ja. Ich clear jetzt hier nochmal die Ward und dann gehe ich erstmal nochmal back. Wobei, nein, ich muss Mitte den Farm nehmen. Kann mir ja nichts neues leisten. Boah, das ist so kacke, ne? Deswegen habe ich eigentlich auch diese große Pause in League of Legends gemacht. Einfach nur wegen solchen Teammates. Naja. Ja. Ja, das ist... Man muss hier einfach wieder hochspielen. Wird ja auch nicht besser dann, ne? Ja, ja. Also, ich bin jetzt mittlerer Splatine und ich habe gestern Rank gemacht. Ja. Hier ist ja so ein Champ Select, ne? Unser First Pick... Also ich weiß... Ritter Pick... Unser First Pick... Ähm... Also ich schreibe dann immer Hi, Top-Lane und so. Ja. Und der First Pick pick dann Wukong. Mit Ignite. Und dann war ich so... Scheiße, jetzt will der meine Top-Lane wegpicken? Und frag dann noch so einfach... Ja, Wukong, gehst du junglen oder gehst du Top-Lane? Okay. Ne? So. Ja. Oh, nice. Sehr gut. Nooo. Und ähm... Dann hat der gar nichts geschrieben. Danke, Feed. Noch mehr. Nice. Dann hab ich gar nichts... Dann hat der gar nichts geschrieben. Und dann meinte ich so... Ja, okay. Gehe ich halt Jungle, ne? Pick so Marseille, mit Smite, block ein. Und dann meinte der Typ auf einmal so... I go Jungle. Und pick Smite. So. Oh Gott. Und hat mich dann dafür geflamed, dass ich einen Jungler gepickt hätte. Aha. So ein Abschaum. Hatte ich halt... Ne? Das... Ja, das ist recht. Kommt halt auch öfter. Wir hatten letztens auch eine Intentional Feeding mit Lanesona. Oh Gott. Der Typ... Hat einfach auch von Anfang an geflamed des Todes. Und dann gegen Lux gespielt und... Oh Gott. Ja, das sind immer die Besten. Wenn Lux dann geflamed wird... Und dann... Und dann... Wobei ich ja die Leute richtig cool finde, die dann erst so schreiben so... Ja, hier. Äh, Midlane, Main und so weiter. Und dann verkacken sie. Oder pingen die ganze Zeit um Hilfe. Und dann sagen sie... Ja, hier. Ich hab nur verkackt wegen dir. Oh Gott. Die Boardline. Nice. Ich weiß nicht. Guckst du... Ähm... Let's read small books? Äh, ein bisschen ja. Hast du dieses Video gesehen? Äh, dieses... Wie es heißt aber da wohl... Wo ein angebliches Smurf in seinem Spiel ist? Und der dann... Ja, wo er so geraged ist. Der... Äh, hello, I'm Smurfing. Ja, irgendwie sowas. Da haben wir Smurf dann durchgängig um Hilfe gekriegt. Richtig schön reingefeedet. Zap. Was? Alt. Die Sinn ist übrigens niss. Also. Ah, shit. Ja. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen auffassen. Bitte. Was macht denn der Master? Oh Gott. Komm, der kommt noch weg, oder? Nein, kommt er nicht. Alles klar. Ich hab den Minion geoutetet. Was macht denn der Tahm Kench da? Alter. Nice. I'm so bad. Aha, okay. Warum sagst du das? Weil ich den... Ich hab ihn gedeift. Er hat ihn noch locker bekommen. Und dann ist er so... Komisch. Hat sich nochmal an mich rangezogen. Ist dann weggeflasht. Und dann stand dann so zwischen Tower und Minions. Und hab den Minion geoutet. I'm so good. Ja, ja. Ja, Alter. Wenn er nicht. Ja. Der Typ ist... Gold 3, der... What the f... Der Typ hat 2.000 Normal Wins. Ja, gut. Ich mein, es gibt ja die Leute, die sind irgendwie so Silber oder so. Und haben... Dingsbums. 2.000 bis 3.000 Normal Wins. Und sind dann trotzdem so gut wie Gold oder Diamond Spieler. Ja, ja. Das muss man ja auch immer bedenken. Mein Kumpel. Der spielt schon doll länger als ich. Also... Von... Von der Zeit her. Nicht vom gezockten, sondern... Ne? Okay. Vom Anmeldedatum her. Ja, ja. Seit so... Dreieinhalb Jahren. Okay. Und er nimmt einfach... Silber 5. Und der spielt auch so... Der ist so... Der hat letztens seinen ersten Pentam Normal gehabt. Ja, okay. Nach... Nach dreieinhalb Jahren. Also... Und... Das war nicht mit sowas wie... Mit so nem normalen Champ, sag ich mal. Zum Beispiel jetzt Irelia oder Lissin oder Wukum oder sowas. Sondern mit Katharina. Hm. Also der Typ ist irgendwie... Noch nicht ganz angekommen. Zap. Nein. Shit. Oh Gott. Ich bin reingegangen. Oh. Oh ja. Oh ja. Ja. Hallo. Mach's mal. Lass mir was übrig. Still. Dammit. Ah. Ich find das Video so geil. Boah. Alter ey. Ich bin da noch reingejumped ey. Von Hand of Blood meinst du? Oder Irelia. Das ist von Maxim. Äh. Dingsoms. Von Hand of Blood. Obwohl... Nein. Die Pisser. Oh Gott. Überlebst du das? Ja. Oh nice. Sehr gut. Ich komm jetzt auch mal. Ich hab aber kein Ulti deswegen. Der Buchung gammelt halt noch hier irgendwo. Und warum hab ich jetzt G geschrieben? Ich weiß es auch nicht. Ja. Um mir zu zeigen, dass du... Ich geh hier back. Ja. Oh das hör so... Going top. Ja, den kriegen wir nicht. Der rennt weg. Lüglglglglglglglglglglglglglgl. Worm hat der noch seine Ulti, Alter. Ich hätt den schon 30 mal getötet, aber dann am Ende einfach diese Ulti so geflixt. er ist so weit weg das ist das war richtig ist das kräftige vor allem wenn er dann so wegrennt dann macht er noch mehr ist ganz gut ich probiere einfach mal zu kommen er sieht mich nicht geh drauf das hat er gut gemacht meine ulti ich misse die immer so hart und er ist einfach trotzdem reingesprungen er hätte ja auch einfach weggehen können obwohl ich meine warte kurz ich mach mal so so nice den tower kriegen wir jetzt hä kriegen die jetzt wirklich den mid-tower nein zum glück sah gerade so aus weil tham kench nur da war und wir wissen ja alle wie tham kench drauf ist der ist cool 06 jaja tham kench generell finde ich ein cooler champion aber ich glaube irgendwie der spieler hinter diesem hier ist nicht gerade so der steht 068 das ist halt jetzt nicht allzu gut wobei ich sagen muss dass unser ad carry sich wieder hochgesackt hat also der steht jetzt 5 4 0 aber ich meine das score ist trotzdem nicht so schön meiner ist dann natürlich viel viel besser er hat sich hochgesackt jaja das hast du wunderbar gesagt und was machen die leute da 3g5 bei dem was sonst sie sterben ja vor allem vor drake ok einer von uns braucht jetzt nen penta ok wollen wir rein? mhm die haben irgendwie gewordet ich glaube auch die ist level 10 ja 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 oh shit jetzt haben sie da gewordet verdammt mann ich wollte die doch eigentlich jetzt so richtig sneaky von hinten erwischen ich bin radic ich will die alte ich will die 4 4 oh und wukon kommt von hinten go hilf mir ja der hat der war halt cheat nice sehr gut lol ich hab sogar noch den kill bekommen ok das war etwas greedy deswegen wollte ich da nicht hinlaufen das war etwas greedy von mir aber egal man muss es eigentlich immer positiv sehen man hat nen kill bekommen und äh ja am catch traveled hat alleine so ich hol mir jetzt erstmal einen Sonjas wobei jetzt direkt die ne ich hol mir nicht direkt die Verbesserung ich spare hier mal drauf warte 1250 kann ich mir doch gleich leisten komm hier Dorans weg damit mit den needlessly large rod yeah die kuh hast du da aber gerade ein bisschen gefehlt ne hey hey ne überhaupt nicht ich hab die sehr gut eingesetzt so und ich muss wieder in mitte weil dann Lee Sin jetzt da ist ja der hat keine MR kannst du klatschen ähh 116 189 oh Gott ich muss mehr farm mit Fizz habe ich auch mal so den übelsten Bullshit farm ja ich meine mit dem farm eigentlich auch nicht so gut weil ich meine der hat einen One-Shot-Burst ja irgendwie bei Minions er hat zwar seine Ehe als Wave-Clear aber irgendwie mag ich das trotzdem nicht weil das ja sein Escape-Spell ist ja go 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 man will das nicht so machen weil man immer Angst hat dass einer jetzt von der Seite kommt oder so ne lasst mir was übrig nice so langsam lerne ich wie die Midlaner sich immer hochsacken an den Kills sie machen einfach keine Spells und warten bis sie lowlife sind und dann killen sie muss mich auch mal wieder hoch weil dann ich bin halt ich stehe halt nicht mal positiv das ist halt echt schon naja das ist das ist kacke guck mal der Lucian steht 10-5 ich stehe 4-5 was glaubst du wär's one-one geht? wahrscheinlich er ja ich weiß oh das ist noch ne Ari ich hab keine Ulti ne deswegen da bin ich schön in den True Damage reingelaufen nice das Problem ist äh ich glaube wir werden da in ne Falle gebaitet wenn wir da reingehen ich hab erst in 20 Sekunden meine Ulti nice Tumcanch oh oh es war so klar jetzt auf auf Lucian okay war so ne Art Bait irgendwie äh 5 Sekunden hab ich Ulti oh god Kessel tankt okay ähm wir kriegen hier die ganze Zeit Damage aber machen nichts ne fällt mir grad so auf boah das ist schon ja ich push mal ein bisschen verkacken paar Minions oh god ja ich bin da geht doch oh mein god das war richtig knapp nein fuck 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 ja ich mein natürlich ich wusste dass ich das überlebe oh mein Gott was mach ich was mach ich nein scheiße nein fuck ich bin tot nein 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 er hat noch seine fucking E man was hat das für ne kack range geschaut ach gott lol und dieser wukong überlebt das einfach wie ach man das game ist so geil 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 jo ich bin kackegeil hoi ho oh dieser Ezreal Ulti die wollte nur vom Recall abhalten ja aber ich mein Ezreal Ulti hat ja auch nicht gerade so den hohen cooldown deswegen kann man die einfach irgendwo rein böllern ja der will sich auch hochsacken ey apropos Ulti und wenig cooler und so das hattet mich daran ich hab dir unter irgendeinem Video früher mal geschrieben so als ich angefangen hab Iria zu spielen ja äh sollte man die Ulti zu Farmen einsetzen so und da war ich halt auch so Low Silver sind Low Bob halt und dann hat mich dann hat einer mir geantwortet und mich einfach tot geflamed du hast echt keine Ahnung vom Spiel was bist du der für 20 und ich war so hä was hat der ja bin ich ist halt einfach nur ne Frage ja nein alter nur Bobs hier ey lol äh Ari wird wahrscheinlich auch gerade kommen wieso keine Ahnung denk ich mir halt ah ne Ari ist hinter mir da bobs gibt alter hast du hast gerade gesehen wie ich die rechtsklickt habe hallo hallo er wird geslot und fuck nein 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 Leute, bitte. So, sehr toll. Will den assist. Stop! Jetzt muss ich weg. Alter, dieses Game macht richtig Spaß. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühle ich mich grad so, als wäre ich irgendwie so ein Fiss-Main. Was ich natürlich überhaupt nicht bin und Jake ist wieder da. Alter. Das liegt dann an mir. Kannst mir nicht anders erklären. Ich muss halt mit irgendwelchen Lobobs zusammenspielen, damit ich halt nicht so gut schieben und damit man sich besser fühlt. Genau, ja. Ach, geil. So. Ich komm mal zu Drake, wir machen den gleich, okay? Ja. Okay, nein, Marcy ist da, den kriegt ihr so. Loll, der hat halt... Wir kriegen dann auch mal den zweiten Drake. Gegner? Nein, okay. Ja. Oh, Tom Kench? Unbenched the Kench? Loll. Oder auch nicht? Da kommen aber grad noch ein paar mehr Gegner, ne? Willst du nicht helfen? Ich will erstmal bei Items, zack. Und ich hab TP. Habt ihr irgendwie ein Ward? Ähm, ne grad nicht, glaub ich. Auch so. Fuck nein, da dürfen wir nicht reingehen. Ich bin tot, wenn ich da reingehe. Alter, wie die mir jetzt alle folgen. Wahrscheinlich wollen die alle Drake haben. Hä? Oh, hier ist ne Ward. Der Ezreal ist tot. Kann ich da vielleicht von hinten kommen und noch was reißen? Kann auch TP. Ah, das und hier ist... ist vielleicht nicht ganz zu toll. Oh, jetzt muss ich weggehen. Scheiße. Ich hoffe, ich bin nicht tot. Oh, scheiße, der Red Buff. Nein. Nicht der Red Buff. The current amazing Red Buff. Im Fist, aber nicht der Red Buff. Der hat bestimmt... Ja, shit. Ne, hat er nicht. Der hat Armor. Der Leicin? Der Leicin? Der Leicin? Der Leicin? Der Blitz-Rank? Oh Gott. Wieso hat der... Der Telekai da? Keine Ahnung. Er spielt wohl AD, ja? Oh, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Nice. Alter, rechtsklick. Ich glaube, das Rechtsteckkommando drückt mir da drauf. Da ist einer. So, da ist ne Ari, aber ich hab keine Ulti, deswegen ist es mir das eigentlich ein bisschen zu riskant. Nein. So, okay. Ist ja nicht Sinn. Oh Gott, so viele Minions. Ich kann sie alle nicht nehmen. Warte, kann ich mir überhaupt was kaufen? Ne, doch, kann nicht, gleich. Ne, doch. Gleich. Ja, noch 5 Gold. Wow. Und zap. Ich hab jetzt Rageblade. So. Okay, dann lass mal in der Mitte was reißen, aber ich hab keine Ulti. Du hast schon, ich hab Ulti. Ist halt reich. Und du bist gefeated. Oh Gott, ich hab einen Minion bekommen. Ich hab zwei. Oh, da sind die. Lecker, lecker, lecker. Ja. Alter, dat Master Yi. Der will den unbedingt haben. Was macht der denn? Gute. Er hätte doch irgendwie smiten können oder so. Okay, hier können wir jetzt glaube ich nicht viel machen. Wobei. Wenn SL kommt. Also Tarn Kench ist ja da, aber er ist irgendwie. die. Not connected to us. Was machen die? Ist wenn die über die Wards gesetzt? Die pushen die allein auf Botlane und sterben. Ja. Ja. Die hat die Ari halt komplett raus. Diese Ehe. So, danke. Alter, nein, 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 nein. Fuck. Was machen wir hier? Weiß ich nicht. Das ist total komisch. Das hab ich auch gemerkt. Hm. Und warum kann ich nicht über diese Kack Wände springen? Mann. Loll, was zum? Oh. Der Lee. Alter, dieser Bisser. Nein. Helft mir, Leute. Wie denn? Ich weiß es nicht, aber ich hab noch... Ne, ich hab keinen Kill gemacht. Aber ich hab einen Assist bekommen. Secured. Alter, sehr nice. Wird die... Ich hab mich einfach gefragt so, hä, wo sind meine Teammates? Vor allem... Dann waren sie plötzlich wieder alle da. Was war das für ein Fight, Mann? Das war total komisch. Das freu ich mich auch gerade. Also ganz richtig komisch. Aber gut, ich mein, wir haben den Fight gewonnen. Wir haben fünf von denen bekommen und bei uns sind drei gestorben. Ja gut, das ist halt... Ich war zu creepy. Die wichtigsten haben wir halt überlebt. Ja, so kann man das sagen. Danke, danke, ja. Hübsch. Hübsch. Wow, ich bin sogar mal der Gefiedetste aus dem Team. Das ist wirklich eine Ehre. Wow. Aber gut, ich mein... Ja, push jetzt mal ein bisschen. Ne, doch nicht. Ne, doch nicht. Und jetzt kommt. Ja, Blitzfrank ist da, der wird dich dann wahrscheinlich in Stücke reißen. Ja. Ja. Ja, bitte. Und die Ari-Support sind dabei. Können wir machen jetzt, denk. Können wir machen. Okay, gut. Ich nehm alles zurück. Ihr werdet ihn in Stücke reißen. Eher gesagt, in Metallfetzen. Ja. Oh ja. In Autoteile. Muss er nachher in die Werkstatt gehen, hoch, hoch, hoch. Muss ihn wieder zusammenschrauben lassen. Genau. Von Heimerdinger oder so war das, glaube ich, oder? Heimerdinger hat ihn zusammengebaut und dann... Ich weiß gar nicht, wie ging seine Geschichte. Ich weiß nur, dass Heimerdinger hat Corkys Boot, Schiff, gebaut. Weiß nicht. Ja, ja. Sein Roffelkopf da. So, der hat jetzt... Soll ich auch endlich ein bisschen mehr Movementspeed und so? Zap. Okay. So, jetzt helfe ich den kleinen Totenkopf hier. Nein, du hast... Du hast ein Assist fertig. Oh mein Gott. Wow. So, und da ist ein Ari und da ist ein Lucian. Jetzt nicht mehr. Jetzt immer... Der Tom ist irgendwie in... Dein Backline. Was macht der denn? Hallo? Nein! Ja, nice. Du meinst, du wolltest snacken. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Komm. Wollte die... Was macht denn der Ezreal? Wehe, der stirbt. Der stirbt wahrscheinlich noch von Blitzcrank Grab oder so. Oh, hat fast getroffen. Der Grab. Und von der... äh... Dingslose Ari, der Charm. Der war auch... Really, really nice. So, ich glaube, wir können jetzt hier nicht mehr viel machen. Wir könnten Mitte... Und da mal ein bisschen was durchbuschen. Wir könnten auch Drake machen. Mit dem Rufus, wie gesagt. Ja, stimmt. Du hast recht. Drake ist, glaube ich, keine so schlechte Idee. Oh, und Blitzcrank und Ari kommen. Wie geht's? So, du machst das hier. Go, go, go. Okay, Yi wurde getroffen. Oh, nice. Hast du da mich reingebated? Lol, was macht ihr hier? Lol, nein, shit. Der Blitzcrank Knock Up. Okay, das war richtig scheiße. Komm hier, wir haben vier verloren. Alter. Okay, wir sollten, glaube ich, äh, im Team fighten. Sonst verlieren wir das nachher noch. So, jetzt höre ich mir erstmal einen Void Staff, weil... Nein, nein. Wir haben das übelst late, Kim. Ja. Und ich meine, allein die Tatsache, dass der Bukong der Firetouch hat. Also... Wie sollen wir das verlieren? Ja. Das ist halt, ja. Drück mal Tab und guck auf den Armcatch. Oh, ich merke das gerade erst. Ich habe gar keine AP-Runen dabei gehabt. Lol, die Gegner haben Baron. Deswegen war ich am Anfang so schlecht und habe kein Damage gemacht. Äh... Ja, jetzt müssen wir halt ein bisschen auffassen, weil die haben Baron. Drück mal Tab und guck mal auf Time-Change. Wie ist das? Hoho, Illuminati confirmed. 1-11-11. Ja, läuft bei ihm. Ja, Lee Sin hatte es eben gerade auch. 7-7-8. Na, Blitzmink nicht. Ne, die anderen nicht. Die anderen sind alle zu low dafür. Mein Kumpel hatte mal 420 Stats, aber nicht 4-2-0. Sondern er hat wirklich 420, als der Erf mit late. Das ist dieser Typ, der letztens seinen ersten Platter hatte. Achso, okay. Der ist halt... Also, der ist übel lustig, so als vom... Das ist von so'n Charakter her. Nein! Ja, nice. Instant tot, ich konnte nix machen. Ich konnte doch nicht mal Sonya's drücken. Boah, ist das kacke, ey. Oh, wenn der Lucian jetzt allein geblieben wäre, wäre er tot gewesen. Verdammt, woher kommt immer dieser Blitzcrank? Der taucht immer aus dem Nichts auf. Ih, was machst du auf Broad Lane? Oh Gott, dieser Minion Grab. Komm schon. Oh nein, Ezreal! Der rennt aber auch immer dann auf die Gegner zu. Gnau so wie der Tahm Kench. Ja, das ist halt High Edo. Ja, ja, glaub ich auch. Nice. Toll. Oh, Ladari. Will die uns jetzt wirklich trollen? Oh Gott, ja, nice. Wir können nix machen. Inhibitor down. Der hier pusht immer noch Broad Lane. Ja, der merkt glaube ich gar nicht, dass wir hier gerade am Verlieren sind. Der ist gleich so. Warum verliert er? Team, du bist so schlecht. Team, du bist so schlecht. Ja. Geiler Deutsch, ich weiß. So, ich renne jetzt rein, werde wahrscheinlich direkt wieder sterben. Nein, wir gehen top lane, komm. Schnell. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Können wir nicht einmal zu zweit rumrennen oder so? Oh, danke. Oh. Pack. Der ist down. Danke. Du bist wegkicken. Nice. Ich glaube nicht ganz gut. Nice, sehr gut. So, und jetzt müssen wir einfach ein bisschen pushen. Wir pushen am besten die top lane durch, weil wir da gerade sind. Und die mid lane ist sowieso. Da müsste ich mal def spielen. Scheiße, das sind keine Minions. Lol, dat master. Was macht denn DG? Nein. Das ist ein bisschen. Wir brauchen unser Leben. Der Tumcate strollt mich. Das ist schön. Ah, Gott. Oh, scheiße. Das ist nur eine Ari. Ich habe keine Ulti. Das ist mein Problem. Oh. Nice. Nein, das ist der falsche. Und der ist anders tot. Lol. Habe ich jetzt erst gesehen. Ja. Okay, aber wir können hier glauben. Doch, wir können was machen. Was macht der denn? Woop. Da ist Blitzdrink gerade rumgelaufen, aber egal. Ich habe Ulti. Sorry. Ich meine, wenn er sterben will. Egal, ich pushe. Lässt dich einrichten. Nein, fuck. Hier ist ein Lucian. Komm, den kriegen wir aber. Nein, shit, meine Ulti war nice. Demonstration von Stärke. Ah, Gott. Komm, Lucian. Willst du noch? Was soll ich mitnehmen? Äh, pass auf. Du bist jetzt hier alleine, ne? Doch. Ich weiß. Ulti, alle sind tot. So, bitte. Der sollte weggehen. 1300. Nice. Und er ist tot. Nice. Ja. Tahm Kench, ich habe ja nur gerade eben gepinkt. So, und du solltest da jetzt vielleicht auch mal weggehen. Ich bin aber auf dem Weg. 30 Sekunden, da habe ich Ulti wieder. Boah, Alter, dieses Game. Geil. Geil, ja. Oh, shit. Ich komme, ich komme. Ja, ich will vielleicht shooten. Oh, die chate mich. Oh, doch, die chate mich. Okay. Äh, das heißt wohl, wir rennen. 8 Sekunden, 6 Sekunden Ulti. Oh, Masi, es kommt, Masi kommt von hinten. So. Zap. Nice. So, und jetzt pushen, pushen, pushen. Go, go, go. Es lebt nur noch Blitzrink. Pushy, pushy. Pushy, pushy. Pushy, pushy in dein Mundi. Yeah. So, go. Wir benutzen jetzt einen Top-Land-Inhibitor. Mach mal. Bewarded. Alles klar. Jetzt lass uns zurückziehen. Wir haben unsere Aufgabe getan. Fuck. Wir haben alles getan, was wir tun wollten. Hast du mir so viel Damage gemacht oder ich? Wollen wir auch die gehen? Ich habe einen Span-Prom gemacht. Das kann auch gut gewesen sein. Äh, was heißt? Da steht jetzt drin. Äh. So, Ulti. Äh, ich habe doch seinen... Ich kann den Lucian Stunnen und dann töten wir den, okay? Ja, okay. Ich habe halt keine Ulti. Nein. Ja, nice. Habe ich ihn. Rechelt von Stunnen? Nein, komm. Ah, ja. Zap, nice. Sehr schön. Jetzt Inhib, schnell. Wukong ist wieder da und Ari. Fuck. Oh. Und Stunnen? Okay. So, warte. Fuck, ich habe nicht mehr so viel Mana. Aber wenn die Ari da... Oh, komm Ari, komm. Als ob die da gewordet haben. Jetzt war ernsthaft. Nein, nein, nein. Fuck, was mache ich denn? Das war gerade richtig. Ah, shit. Du hast so einen kurzen Side-Lag. Wie geil. Ich bin einfach wieder zurückgelaufen. Ja. Ich dachte so, nö, ich mache Dings vom Sonias bei den Gegners. Das ist cooler. Ja. Das macht Spaß. Ja. Ach Gott. Tan Kench. Nice. Ezreal stirbt wahrscheinlich jetzt auch noch. Ja, er hat seine E-Port. Der hat halt keinen Damage. Das ist so sein Problem. Und er trifft nicht. Das ist Blue Ezreal. Der ist komplett useless eigentlich. Oh, good job Ezreal. Das ist halt nicht mehr wirklich Blue Ezreal. Es ist so... Dreiviertel Blue, halb Rot. Okay. Also, von Leiterchen. Nein, hol dir Ludens. Oh, god. Nee, warte. Ich hole mir jetzt Dingswurms, äh... Leandris? Nee, ich möchte eben mehr so'n One-Shot-Damage haben. Ja, also Ludens. Morello, Nomikon, komm. Nein, komm, hol dir Ludens. Das wird... Stimmt. Oh, god. Das habe ich ganz vergessen. Das wird mir gar nicht angezeigt. Was... Was'n Kack? Betrug. Ludens am Ash Riot, ey. Ganz ehrlich, ich schreib dir danach an und sag hier. Das muss hier eingefügt werden. Hier bei Essential Items. Dass ich das direkt am Anfang sehe. Komm. Ich mein Ludens, was bringt das nochmal? 100 Ability Power, 10% Movement Speed und diese geile Passive. Ganz ehrlich. Ja. Und die haben drei Inhibitors offen. Nice. Ich hole mir mal Blue Buff. Denkst du? Ach, komm. Ich hole mir den Platz, du. Oh, hier ist einer. Ich kann gerade ein Wort drüber. Nee. Machen sie nicht. Doch, machen sie vielleicht gleich. Ich warte mal. Wir könnten aber Dings so uns Lucian holen. Wir könnten irgendwie auch tanzen. Ja, stimmt. Du hast recht. Mein Dance ist halt so scheiße. Ich muss irgendwelche Emotionen spannen. Ja. Ich muss graben. Grab ist aus. So. Wir holen uns jetzt Lucian. Oh, da ist auch noch ein Wukong. Fuck. Es war der falsche. Wir fokussen die falschen Leute. Nein. Ja, okay. Nein. Doch. Nein. Nein. Die sind... Das ist einer von diesen scheiß Lissens, die mich die One-Hit, äh die Last-Hit mitgerollt. Ja, glaube ich auch. Und, äh, ja, Massey hat gerade ein Triple-Kill gemacht. Alles klar. Wer hat die anderen Kills bekommen? Ich auf jeden Fall nicht. Ich habe nur Assists bekommen. Ich habe einen bekommen. Ich habe mich ein bisschen aus dem Fight gehalten, so, dass der Asriel stirbt und du stirbst, weil ich meine, die Noobs, die müssen halt am Anfang sterben. Ja. Ist halt immer so, ne? Die, die man nicht braucht, die sollen halt abstirmen. Die sind ja essentiell nicht wichtig, deswegen. Ja. Und jetzt haben Ken Schatz halt die Geld. So, GG. Nice. Wenn euch die Runde gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar. Würde mich auch auf jeden Fall freuen. Willst du noch was sagen? Ja. Okay, dann sag wenigstens Tschüss. Ciao. Nochmal. Einfach so. Hallo und Tschüss. Wieso? Warum nicht? Ja komm, sag. Hallo und Tschüss. Hallo und Tschüss. Tschüss.